moin moin und herzlich willkommen zurück ja wir sind wieder in der minecraft welt und wir brauchen kohle 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 alles hermit so die hätten wir schon alle für wie viel haben wir da jetzt schon 643 40 das ist doch schon wunderbar so dann gucken wir mal weiter was dahin ist er abgeht gold halt das ist ja toll einer hallo nix ihr schweide das wird jetzt wohl weil ich erreichen nämlich wo wir haben wieder mal wieder mal ich habe nur ein anderer weg genommen ok bitte fragen machen wir da bis hier rüb nö ne wo noch ich sehe gerade kohle sehr schön ich geschah hier jetzt wird das auch gleich dabei nö und gold Ja, Wahnsinn! Ist ja geil. Komm mal damit auf. Oh, da ist Kohle. Fände ich Gott. Alles mitnehmen. Dass wir bei uns in der Quirby gleich wieder mal 2x64 Kohle reinschmeißen können, dass das Ding wieder mal wahrlich erlebt. Oh. Nämlich, danke. So, wo ist das Ding? Gucken wir mal, da gehen wir mal hin. Oh, da ist was. Oh Schlampe, du. Du kannst ja gar nichts. Hey, der verschwindet im Boden. Da waren wir doch schon, ne? Ja. Da waren wir doch schon überall. Aber das können wir alles mitnehmen. Wenn wir sowieso einstecken. Den blöden Knochen brauchen wir nicht. Gut. Die Raute haben wir dabei, das weiß ich. Wenn wir alles mitnehmen. Das wenigstens lohnt dann nicht. Ach, die haben wir auch dabei. Habe ich die schwarze dabei? Denkt nicht, oder? Welche was sinnloses, was man nicht gebrauchen können. Ja. Und zwar die hier. Die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch gleich mit. Das müsste das Lied sein. Das müsste das Lied sein. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Oh, Knochen, Knochen! Hör damit! Alles, Hermietepunkte. Da sind wir fast bei 18. Das ist gut. Das ist sehr schön. Da müssen wir dann ein Buch verzaubern. Was nimmt man da jetzt? Von was hält man Tonneweise? Was man überhaupt nicht gebrauchen kann? Die Tür brauchen wir nicht wirklich, ne? Ach komm, schmeiß das in Branie mit dir. Die haben wir auch noch dabei. Oh, das sind wieder die Grüne. Ne, das ist Eisen. Oh, Alter, ich hab's überlebt. Scheiße, die Wand an. Diese dumme Drecksau. Kommt ihr da von hinten an? Und will mir in die Luft springen? Die Sau, du die Scheiß-Selbstmord-Antele. So. Das hätten wir. Da oben ist was Rotes. Das nehmen wir mit. Ich geh mal da runter. Oh, da ist auch noch mehr Rot. Alles, Hermiet. Da ist wieder Eisen. Das nehmen wir mit. Da ist wieder Eisen. Das nehmen wir mit. Die Gelbe habe ich nicht dabei, ne? Nein. Die lassen wir mal drin. Äh, Redstone habe ich auch dabei. Und die Scheiße habe ich auch dabei. Das gibt Punkte. Oh, das hat schön gebatscht. Ja, den haben wir natürlich auch wieder mit. So. Die haben wir dabei. Wenn wir alles ausnutzen, was da ist. Was sieht denn das? Ah, Kohle könnte man auch mitnehmen. Das Ding da. Das ist das, äh, Verröhrhölze-Öhr. Oder wie das auch immer Hase macht. Das lassen wir mal stehen. Die blaue haben wir nicht. Oder wie das Gewurz mit. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Oh, Schildergold. Oh, Schildernzombie. Oh, Schildergold. Oh, Schildergold. Oh, Schildergold. Das haben wir denn alle schon zu Hause? Ja, in der Welt... Haben wir jetzt alles? Das ist aber ein Meiner. Heh. Hör mit! Gold. Noch mehr Gold. Jetzt müssen wir das natürlich richtig machen. Gold. Gold. Wie viel haben wir denn da schon? Zwölf Stück haben wir dann gefunden. Geiler! Wenn der ist super. Die nehmen wir auch dabei. Ah! Ole! 25, jetzt sei geil. Läuft wie eins hier. Das ist wieder dieses komische. Ja, die nehmen wir wieder. Also das ist ja noch erst einmal so dabei. Und schon wieder Gold. Das gibt es ja gar nicht, oder? Was ist denn der Brüller, ey? Okay. Wieder vier Stück. Geil. Ah! Das suchen wir doch. Weiter mach, komm ich auf die 30 gleich, ey. Guck, ob ich überhaupt noch ein Buch hab, wo ich verzaubern kann. Und das ist ja so. Gut. Schön weiter angucke. boah scheiße ich hab ne schlucht gefunden und was für ne riesen schlucht halleluja diese dumme drecksau ja es aber ich glaube da müssen wir uns echt noch mal einen wegpunkt mache hier neben euch das ist ja pervers wir machen hier mal einen wegpunkt und zwar ganz gewaltig genau hier unser wegpunkt schreibt nun mal höhlen schluchte genau machen wir dann beim nächsten mal ab in die heimat ich muss erst mal ein ding machen verdammt das ist doch offen warum kann ich mich nicht teleportieren leck mich jetzt wieder zurücklaufen ich habe keine ahnung wo ich hin muss ich habe keine ahnung wo ich hin muss aber überhaupt nicht ich glaube das sieht ganz gut aus der Mitte wieso kann ich mich nicht teleportieren das ist doch scheiße ich bin jetzt im kreis gelaufen leck mich doch am arsch wie komme ich hier raus verdammt teleportieren kann ich mich nicht das machen wir anders doch wir speichern kurz gehen sofort wieder in das ding rein so ähm öffnen und starten jetzt müsste ich doch eigentlich ja siehst du so gefällt mir das so jetzt müssen wir erstmal alles in die kisten rein 16 mal gold 23 mal lit 40 mal eisenherz das ist doch gut ich glaube die silber wollten wir aufheben da könnte man was schönes dran stellen wir mal da her so da ist mein ganzes mist wieder eis sammeln das ist doch fucking bullshit irgendwas muss ich jetzt hier machen also das kann nicht so weiter gehen ich brauche kiste wo ich den ganzen mister auch alles neu schmeißen könnte die ganze geräte und den ganzen platz ähm nochmal kurz gucken weil ich ein bisschen was hämmer ja noch wo man reinschmeißen kann da hätten wir die da da haben wir die da die da die da die da noch irgendwas ich sehe es ich sehe es gerade das markt wozu geuer ist denn die denn die da oben drin aha ok ich brauche eine neue kiste das kostet ich nehme genau die 8 falsch ich brauche 16 ist wieder dunkel leck mich doch so äh was wollte ich ja genau die acht schenken für uns die kiste hinstellen wo stellen wir die kiste da unten drunter geht es da nicht mehr auf das ist scheiße vielleicht den weg jetzt nehmen wir mal alles was irgendwie ding mäßig ist nehmen wir mal und schmeißen wollte drüber in den blöden kiste ach übrigens ich habe einen redstone motor herr leon platzmarke jetzt da fackeln mit das schmeißen wir den ganzen wie es jetzt alles mal schön daneben neu glasfaser kabel noch irgendwas dann haben wir noch vergessen dann nehmen wir mit den nehmen wir mit den nehmen wir mit den da den da den da den da den da so so jetzt machen wir den mal da her und den da her jetzt können wir den und den da hin den der rest schmeißen wir da drüber rein so 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 da hin da hin da hin da hin da hin das tun wir da hin den den ölkorn wenn es voll ich habe 13 Stück von den Dinger ich lege die Bilder am Arsch ich kann die Dinger nicht in die Luft jahren haha hahaha nein so ähm 64 64 64 und 64 gut moment 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 alles mein kräftiges habe ich noch jetzt ist nur die frage was schreiben wir auf das transportrohr flaschen und so weiter kann ich das dann nicht rum machen wieso kann ich das wieso kann ich das schild nicht dran machen hallo sehr seltsam ok es wird Timöl und was machen wir da noch? Maschinen Maschinen Maschinensachen Pottraucher, Timöl, Maschinensachen ja das passt jetzt hängt das Ding den Schilder oben drüben äh gut was solls äh unglaublich so 40 Eisenbacher das ist ein Wort 2 mal 10 16 mal Gold kriege ich immer kleiner Punktegefühl wunderbar so die können wir natürlich dann gleich wieder einsortieren Eisenbar so 54 Gold das ist ein Wort das ist ein Wort äh altes geraffelt da könnte man mal noch die blöde Tür reinschmeißen so was haben wir noch ja genau äh zur Quelle wollte ich ich könnte mir das Ding einstellen die Kaule das Ding wieder mal lech ohne Ende doch was mach ich denn was will ich denn doch da muss ich doch her da muss ich doch her so so einmal zweimal ich werde beschossen so schießt mal du Pfeife so schießt mal du Pfeife danke danke für die Pfeile so jetzt müsste doch das blöde Ding eigentlich wieder laufen jawoll finde ich gut läuft passt und passt so 25 Minuten haben wir wir gehen jetzt erstmal zurück und machen uns ein neues Werkzeug also sprich Eisenspitzhacker so gut da war jetzt nichts mehr drin wir machen jetzt erst einmal noch ein paar so es nur mit es nimmt man mit huch stoppt mich selbst. überhaupt mitnehmen so es wollte ich noch mitnehmen das wird nämlich wieder ein bisschen wenig ich habe jetzt mal was anderes mit jedes mal wieder mit den scheiß mit so wir brauchen reisen er kommt so wie drei stück die qualität nicht mehr als die spitzhocken ist sowieso gleich direkt gut okay das wäre das ja ich würde sagen als nächstes fangen wir dann jetzt aber wirklich dann mit dem ding an mit dem schiffchen das hast wir nehmen schon mal weil und so was sagt mit zwar alles was wir da haben ich glaube das mal machen wir das ein bisschen anders damit machen das grund ding machen wir schwarz unten und die secheln oben machen wir weiß das ist doch immer noch was wir müssen ja nicht jedes mal dasselbe machen also oder wir machen ohne weiß und die secheln schwarz das könnte man natürlich auch machen das ist natürlich auch warten das überlege ich mir beim nächsten video wie man das dann war wenn man das ding ohne weiß machen wäre es natürlich viel geiler weil es weil dann sieht man wenigstens ein bisschen was mit den schwarzen dinger das ist immer so 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 sache da ist immer so scheiße dunkel und man erkennt nichts mehr von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht wenn man ohne weiß machen und ohne weiß das würde aber auch bedeuten wir müssen die ganze scheiße ein bisschen ändern ja kommt jetzt mal was nächste mal wie gesagt das überlege ich mir basalt brauchen wir haben wir irgendwo basaltform denk nicht drüber da müssen wir mal gucken äh nicht basalt dieses marble 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 das reicht definitiv nicht aber für den anfang reicht es definitiv für das soll es das jetzt gewesen sein ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das zuschauen wenn es euch gefallen hat macht einen Daumen nach oben ansonsten sage ich tschöne tschau mit v und grüßt mir die Hühne grüßt mir die Hühne grüßt mir die Hühne